Das Brauring-Qualitätssiegel ist seit vielen Jahren das Zeichen für unsere Brauring-Qualität. Innovative, originelle Konzepte zur Biervermarktung gehören zum Brauring wie der regionale, unverwechselbare Charakter der unterschiedlichsten Biersorten. Gute Laune, frische Ideen, Menschen, die lokale Zugehörigkeit ausstrahlen. Und das Qualitätssiegel mit angesagter, emotionaler Bodenhaftung und Heimatanmutung. Das sieht auch der bayerische Finanz- und Heimatminister so und sagt erstmal Danke, dass Sie auch in dieser Weise diese Branche vertreten, der Branche ein Gesicht geben und auch Werbung machen für dieses wunderbare Produkt. Sie werben damit für Hopfen, Sie werben für Bier und dafür danke ich Ihnen. Das freut die Brauring-Mitglieder sehr. Vor dem Verkauf werden die Biersorten von den Brauring-Spezialisten nochmal fachlich verkostet. Die Basis für die Brauring-Qualität ist die soziale Verwurzelung der Produzenten in der unmittelbaren Umgebung. Die privaten, regionalen Brauereien sind inhabergeführt. Und in der Regel kennt der Verbraucher den Inhaber oder die Inhaberfamilie und den Braumeister und die Mitarbeiter. Und damit ist eine ganz andere Beziehung da vom Kunden zur Brauerei. Gelungene Kundenkommunikation braucht aktive Menschen und verständliche Symbole für Verbundenheit. Das Brauring-Qualitätssiegel ist ein solches vertrautes Zeichen. Eine Qualitätsauszeichnung vom Brauring beinhaltet für den Verbraucher eine Sicherheit, dass er weiß, diese Produkte werden regelmäßig geprüft. Das Brauring-Qualitätssiegel – das Zeichen für unsere Brauring-Qualität. Das Brauring-Qualitätssiegel – privat, regional, ausgezeichnet.